Ja, was möchte ich noch erzählen von meiner Hochzeitsreise. Das ist eine Geschichte. Und zwar, meine Frau und ich, wir waren auf Hochzeitsreise in Botswana. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Wir sind in München losgeflogen nach Johannesburg, von Johannesburg weiter nach Maun. Und dann mit so einem kleinen Flieger, mit so einem Buschflieger, direkt in dieses Camp. Und dort angekommen, wurden wir von einem Ranger in Empfang genommen mit den Worten Misae, Mrs. Carvenial, yes. Please, welcome to the big Bambese, Botswana, Ocavango, Lord, yes. Und dieses Camp war, um es euch einfach mal ein bisschen näher zu bringen, das war wirklich tatsächlich voll in die Natur integriert. Da waren keine Zäune, keine Drähte, da hätten auch Elefanten und Löwen einchecken können. Und sechs Zelte, insgesamt sechs Zelte, ein großes Hauptzelt. Unter diesem Hauptzelt waren etwa 150 bis 200 von diesen sogenannten Fruit Bads, diese Fledermäuse. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du da beim Essen sitzt und dich gucken 150 bis 200 Augenpaare so an, da hast du ein bisschen Schiss. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, so möchte ich nicht essen. Ich bin aufgestanden und habe diese Fledermäuse adressiert. Ich habe sie gesiezt, ich habe sehr freundlich gesagt, es besteht überhaupt keinerlei Veranlassung für so einen bösen Blick. Immerhin haben wir dieselben Verwandten, meine Eltern kommen auch aus Rumänien. So, anschließend hat uns der Ranger zu unserem Zelt gebracht, unser Zelt rund gebaut, vielleicht acht bis zehn Quadratmeter groß, auch ein Strohdach. Und neben dem Zelt ein Termitenhügel, der war vielleicht zwei bis drei Meter groß und davor ein Sumpfgebiet, etwa so groß wie Niedersachsen. Und bei der Übergabe des Zeltes sagte Ranger zu uns, Missa und Mrs. Carvenia, please, yes, if you see a Hippopotamus, relax. Please, keep eye contact and slowly, very, very slowly, go back to the hut, grab the emergency horn and meh. Und ich dachte mir, genau so wird es gemacht. Zum Glück ging es gleich los mit dem ersten Game Ride, also mit dem Jeep rein in diese wunderschöne Landschaft. Und kaum waren wir draußen aus diesem Camp, haben uns drei Löwen den Weg blockiert. Drei Löwen, die offensichtlich gerade zum Mittag gefressen hatten, die in so einer V-Formation da lagen. Und die Löwen links und rechts hatten bereits zum Mittag gefressen, schliefen bereits. Nur der in der Mitte war noch mit Fressen beschäftigt und was er fraß, war ein kleines Gibbonäffchen. Das hatte allerdings bereits den Jordan passiert, lief also alles ganz friedlich ab. Und dieser Löwe kaut auf diesem Gibbonäffchen rum und irgendwann reiste diesem Gibbonäffchen einen Arm ab und kaut auf diesem Gibbonäffchen Ärmchen rum, sodass dieses Gibbonäffchen Ärmchen den Löwen aus dem Maul dengelte wie so ein Pendel. Und plötzlich höre ich, wie eine Engländerin hinter mir sagt, Oh look, the monkey's waving bye bye. Und dafür liebe ich die Engländer, weil präziser kannst du es nicht beschreiben. Das muss man, ein Engländer, einfach, es ist einfach fantastisch. Ja, irgendwann hat sich im Camp rumgesprochen, dass wir gerade frisch verheiratet sind und der Ranger kam zu uns und so, yes, you're the honeymoon, yes, yes. Surprise. Und ich so, was denn für eine Überraschung. We have arranged for you honeymoon dinner. Und ich dachte mir, honeymoon dinner, das ist ja toll. Und ich dachte, wir würden mit den anderen Gästen da aber den Fledermäusen irgendwo zusammen essen. Dem war aber nicht so. Die wollten, dass meine Frau und ich ganz romantisch essen. Deswegen haben die direkt vor unserem Zelt, neben dem Termitenhügel, mit Blick in dieses unendliche Sumpfgebiet, einen kleinen Tisch aufgestellt. Etwa so groß wie diesen mit zwei Stühlen und Teelichtern. Freunde, wir hatten eine Angst. Wir haben nichts gesehen. Das war das schwärzeste Schwarz, was ich je in meinem Leben erleben durfte. Es war so dunkel, dass ich nicht mal mehr die Stimme meiner Frau gehört habe. Es war entsetzlich. Und wir haben Tiergeräusche gehört. Tiergeräusche, das kann man sich nicht vorstellen. Damit ihr es euch ungefähr vorstellen könnt, hier ein kleiner Auszug. Tiergeräusche, das kann man sich nicht vorstellen. Ich bin Ihnen ehrlich gesagt sehr, sehr dankbar, dass Sie genau an dieser Stelle geklatscht haben. Ich habe nicht genau an dieser Stelle im Dschungel auch geklatscht. Und plötzlich kamen drei Löwen aus dem Busch. Sie trugen Smokings und haben sich verbeugt. Ladies and Gentlemen, der Botswana Philharmonic Orchestra. Nach drei Tagen Safari sind meine Frau und ich weiter nach Kapstadt. Wir wollten beim Whale-Watching mitmachen, Wale beobachten. Und wir haben uns da sehr drauf gefreut. Wir sind mit so einem Sportboot rausgefahren. Es war ein wunderschöner Tag in Kapstadt. Die Sonne perfekt. Keine einzige Wolke am Himmel. Und wir sind mit einem dieser Boote gefahren, in denen man steht. Zumindest solange es fährt. Und für einen Mann ist das schon irgendwie cool. Du stehst in diesem Boot und dieses Boot... Und der Wind peitscht dir so ins Gesicht. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie... Ricardo Tubbs bei Miami Vice. Und ich sage es euch ganz ehrlich, hätte ich mich in diesem Moment selbst heiraten können? Ja, ich hätte es getan. Plötzlich hält das Boot an. Ich habe direkt gekotzt. Es ging mir so schlecht, Freunde. Es war entsetzlich. Zum Glück war ein junger Skipper, ein Engländer an Bord, der sich meiner angenommen hat mit den Worten... Don't worry, don't worry. That happens all the time. Let's just go back at six o'clock. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Six o'clock. Sechs Uhr als Synonym für das Heck des Bootes. Der Engländer bringt mich also nach hinten, legt mich über die Reling, damit ich quasi den Atlantik füttern kann. Hat mir aber davor vorsichtshalber noch meine Brille abgenommen, damit die nicht ins Wasser purzelt. Und hat mir zusätzlich ein dieselverschmiertes Handtuch in den Nacken gelegt. Damit ich auch ja keinen Sonnenbrand bekomme, dafür aber an den Dieseldämpfen ersticke. Wäre eigentlich gar nicht technisch möglich gewesen, weil ich ja richtig mit Kotzen beschäftigt war. Auf jeden Fall liege ich da so, der Engländer ist nicht von meiner Seite gegangen. Der Engländer hat mir mal sanft auf den Rücken geklopft mit den Worten... Let it all out. Let it all out. It's good for you. Irgendwann bekam das Ganze so eine Qualität wie beim Kotz-Yoga. Breathe in and let go of everything. Breathe in and let go. Und ich liege da so in meiner Misere. Und plötzlich sehe ich, wie mir aus dem rechten Nasenloch Blut in den Atlantik tropft. Und meine erste Assoziation völlig klar. Und noch bevor ich das überhaupt zu Ende gedacht hatte, höre ich, wie der Kapitän von vorne sagt. Ladies and gentlemen, please get your cameras ready. There's a white shark approaching at six o'clock. Ich panisch, will wieder hoch in das verdammte Brot. Der Engländer, stay down, it's good for you. Let everything go. Ich panisch, immer mehr Blut will hoch. Der Engländer, stay the fuck down or you're gonna die. Ich so weiß ich auch ohne deine Info. Meine Gott sei Dank, klopf, klopf, es ist nichts passiert. Schweingart. Warum ich das erzähle, ich höre, ich muss ehrlich gestehen, ich, wie gesagt, ich bin auch so vielsprachig groß geworden und ich höre einfach das Englische so wahnsinnig gerne. Vor allen Dingen jetzt mal ganz im Ernst. There's a white shark approaching at six o'clock. Das klingt total harmlos, oder? Das klingt doch nicht wie dein Ende ist jetzt nah, mein Freund. Ganz ehrlich, there's a white shark approaching at six o'clock. Das klingt für mich eher nach Tee bei der Königin. Her Majesty, there's a white shark approaching at six o'clock. Really? Well, how lovely is that? Then, alas, let the shark in. Hello, Sharky, I'm Lizzy, what's your name? Hello, Her Majesty, my name is Dimitri, I'm a shark from Greece. Nein, das war... Das ist ja nur so... Ja, griechische Haie, eine Seltenheit. Ja, wo hab ich das Englisch... Ja, oder es gibt ja auch so schöne, wie soll ich sagen, Abwandlungen des Englischen. Ich hatte ja vorhin kurz angedeutet, meine Eltern leben in New York. Ich besuche die auch so oft ich kann. Und dieses Jahr zum Beispiel bei der Einreise in New York, bei Homeland, wie es ja so schön heißt, saß dort diesmal ein indischer Landsmann. Ganz sympathischer Typ, mit einer ähnlichen Brille wie ich. Und ich lege so meinen Pass hin. Und der Engländer guckt in den Pass, guckt mich an und sagt, Mr. Rick Cavanian, welcome to the United States of America. Meine Reaktion war einmal Chicken Masala mit Mangolasse. Und ich muss dazu sagen, das war jetzt geflunkert. Nein, um Gottes Willen, das darfst du da nicht sagen. Freunde, wenn ich das gesagt hätte, dann säße ich jetzt noch in Guantanamo. Bei den anderen deutschen Komikern. Was wirklich passiert ist, wahre Geschichte, ich lege den Pass hin. Der Inder guckt in den Pass und stellt mir eine Frage, die mir ehrlich noch nie irgendjemand irgendwo auf dieser Welt bei irgendeiner Einreise gestellt hat. Der Engländer, äh, der Engländer sag ich schon, der Inder, pardon. Der Inder guckt in den Pass und fragt mich allen Ernstes, Mr. Rick Cavanian, please tell me how old are you? Ich schwöre euch, in dem Moment war ich blank. Ich wusste ehrlich nicht mehr, wie alt ich in dem Moment war. Ich meine, du bist auf alle Fragen vorbereitend. Wollen sie den Präsidenten umbringen? Haben sie irgendwie Dünger dabei? Wie transportieren sie die Drogen? In welchem Organ? Auf alles hätte ich eine Antwort gehabt, aber nicht auf die Frage, wie alt ich bin. Aber der Inder, total höflich, will mir helfen bei der Beantwortung der Frage. What do you think? Uh, 25, 35, maybe 55, make a guess. Und ich so, ach du Scheiße, mir läuft Schweiß aus dem Gesicht, mit Blut. Ich war völlig fertig, die Schlange hinter mir immer länger. Zum Glück läuft irgendwann so ein langer Schlag, so zwei Meter groß, mit so einem Basketball-Jersey von den Dallas Mavericks, von dieser Profi-Basketball-Mannschaft in Amerika. Und zwar mit dem Jersey von Dirk Nowitzki. Und der Nowitzki trägt ja die Rücken Nummer 41. Und in meiner Verzweiflung sage ich zu dem Inder, Und ich so, 44, welcome to the United States of America. Thank you, danke schön. Applaus